Na wo will er denn wieder hin? Hey Jeff, komm hier hin! So ist Fein. Komm. Und wieder rennt er nach vorne. Vor allen Dingen nachts und so, dann zieht er immer so seine Kreise um einen. Der hat dann immer alles im Blick. Ist doch alles was im Umkreis von 50 Meter ist oder sowas wird abgelaufen. Vielleicht sogar auch mehr, ne? Jeff, aufhören! Stay! Na, ich glaub da braucht mal jemand wieder pansen, ne? Oder was suchst du? So. 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 Vielen Dank.